Hallo und herzlich willkommen in der neuen Folge LS17 auf der Hotline-Online-Fahrung. Wir sind jetzt das letzte Mal stehen geblieben bei dem Collision. Das Stück werden wir noch schnell selber machen. So, dann werden wir uns gleich nochmal alles abgrasen, ob wir alles erwischt haben. Fahren wir mal eine Runde und gucken, ob wir die Ecken auch alle fein sauber erwischt haben. Und das sieht jetzt hier gut aus. Das sieht jetzt auch gut aus. Hier haben wir noch ein paar Stellen. Jetzt wissen wir mal, dass wir die Kurven gucken. Und hier noch. So, da haben wir jetzt, das ist Feld 18. Ohne 36, 17 und 18 fertig. Auf einen schlauen Block. So, und einen Stift hier. So, die 17. Schauen wir jetzt drauf. Weizen ist. Und dann rein. 17, 18 ist Weizen. Jawohl. Jawohl. 36 ist Gerste. Passt auch. Jetzt ist ab zu Feld 12. Mal so schnell ansehen. Das muss ich manuell sehen, wie es aussieht. Aber ich habe ein anderes zu tun, oder? Gar nicht so einfach. Die Nudelfabrik wollte ich auch wieder einschmeißen. Nun ja. Die Formel erst mal aus Feld 12. Und dann gucken wir weiter. Ich habe die jetzt einfach mal so. Aus dem Steckreif. So. So. Jetzt haben wir jetzt die Pirouette und den Baum. Und jetzt kommen wir ja irgendwie nicht wieder rein. So. Jetzt hauers. Jetzt hauers. So. Das nimmt er nicht. So. Das nimmt er nicht. Nein. So. Ja. Das ist. Und dann mal gucken. Wie viel hier drin ist schon. So. Hier haben wir drin. Weizen. 68%. Das ist gut. So. Und du bist. Upp. Dann kommen wir auch her. Kollege. Du willst auch nicht. Du musst. So. Und dann gucken wir auch ab. Dann können die Produktion auch wieder starten. So. Jetzt kommen wir auch hier rum mit dem Stuhl. Bis der jetzt auch schon kommt. Genau das dachte ich mir nämlich. So ob die im Stuhl jetzt hängen bleiben. So. Jetzt gucken wir einfach mal hier weiter rum. Gucken ob dann rum kommen. So. So sieht schon besser aus. Den Bogen bissl weitergrößt sieht das schon besser aus. Die stellen wir jetzt erst mal hier hin. Weil wir müssen nämlich dann noch ein Feld suchen. Ein passendes. Sag mal nur so. So. Die brauchen wir noch nicht. Die nicht. Die machen wir dann. Die bleiben. Das müsste gleich wieder stoppen. Die ich vorher mal haben. B und V. So. 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 Jetzt haben wir das schon schon seitlich abgefallen. Warum auch immer. Das weiß niemand so genau. Aber schauen wir uns sozusagen da kamen sich da eher weniger. das futzeln nehmen wir mal mit so mal gucken ob wir hier rum kommen ja nicht so wie ich es will so steil noch und ich sehe grad kalten Kaffee durch das Gestrüpp jetzt sind wir auf Kurs jetzt sind wir auf Kurs auf Kurs auf Kurs auf Kurs auf Kurs auf Kurs in der Küche auch das Feld 38 haben wir es außer bescheiden Sonst schwirren wir mal kurz hier es rauf. Oh, das kann man jetzt eigentlich über Kurs Playload nutzen, oder? So, dann können wir nämlich einen sehen, das ist Feld 41, muss der Kurs begehen, oder? So, gucken wir mal, Feld 41, Trash, dann gib mir mal den Kurs, passt, du machst Feldarbeit und Apfauer einstellen und klappt das mit dir? So, der macht, was dauert er gerade, das muss man nicht hier ansehen mit dem Stuhl. So, jetzt lappen wir mal auf, da sind ein bisschen Betreppwaren mehr dazu. So, gucken wir mal, an dem Zettel fällt 12 Weizen, an drinnen ist Weizen, senken wir ab und los geht's. So, wir haben gerade den Speicher weg, aber nicht so schlimm. Lieber als Speicher, als man schmiert das Ding ab und wir haben Zonk. So, wir haben jetzt ein paar Schlag. So, wir haben jetzt ein paar Schlag. So. 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 Da fällt eine kleine Ecke ab, aber das kriegt man verkraftbar So, hier drehen wir wieder rum Am besten sollte man da irgendwo hängen bleiben So, jetzt haben wir es da Ja, die Zelle mit Kollision sind Bis es dem Dorf vielleicht doch die kleine Seilmaschine behalten sollen Die große ist hier ein bisschen, oh Gott, das sieht dort hinten in den Himmeln Wenn wir angucken, wird mir nicht was Das sieht nie bis nach unten mehr da aus Aber im LS19 soll man ja Irgendwie, sagen wir mal, anhand des Himmels was wir da voraus ahnen können Wie ich gehört habe von einigen Videos von Team der Gamescom gemacht Auch von einigen YouTuber Da wurden ja solche Fragen an die Chinese Mitarbeiter gestellt und die uns auch so beantwortet haben, dass das anhand des Himmels Was man da das Wetter voraus ahnen kann Wie ich den Landwurz da jetzt auch mehr oder weniger macht Wenn wir den Juhl angucken, wird euch alle denken, dass ihr die Leitwettervorherstager als nächstes Zelle kommt Da wird drauf spekulieren, da hinten so schwarz wie das kommt Da steht ein Inmel vor Da steht ein Inmel vor Da steht ein Inmel vor Und der Puma durchdreht der Reifen und hängt da irgendwo Einen Moment Puma Kümmer mich gleich darum, wo du hängst So Halt So 2 zu Puma Wo bist du? Wie hast denn das geschafft? Wie schafft man sowas? Ah, die Ballen gekachelt Das erklärt einiges Umlenken irgendwie auf den Ballen geklappert Soll ich aber schon mal das Stück hier noch machen Da will ich bestimmt als nächstes denn hier rein So So Das müsste auch wieder passen So Ich wollte dich zum Feld 38 Da können wir schon mal umstellen Raps Haben wir Raps drin Jetzt mach ich wie das Zeichen von der Sehmaschine starb Das finde ich so Hammer Boah Das finde ich super schön Das muss ja eigentlich noch viel besser werden So Mal schauen Mal schauen Ob das Raps gab Das Äh Mal schauen Zurück Da war es nämlich hier Da war es natürlich Wacko Genau Da war es nämlich hier Da war es die Brücke Das müsste warten Jetzt kommt hier Der Jase um die Kurve Da musste man sich ein bisschen gedulden Kann ja wohl nicht sparschwein So Hier gehts Hier gehts Irgendwo rein Ein bisschen von kalten Karten So Und rum Grund und Leichte aus Klappen aus Den Stuhl Raps haben wir eingestellt Schalten wir ein Und drücken So Senken den Stuhl ab Da müssen wir auch schnell gehen So So Da ist dann ein Schubes Turm Einsegnischer Schuhe Das war das Problem bei der Hauptbergmauer, weil ich ja die Kultivator-Dings-Buster-Seile umgetüttelt habe, um die Wiesn-Pingber zu machen, war drunter gepfliegt unter dem Schorbens-Tor, oder sieht man das nicht, wo man schon war, weil die ganzen Halmfutzeln da weg waren. Aber das kriegen wir beim nächsten Mal hin, weil jetzt haben wir da ja die Helm schon wieder, die Sojabohnen so, und daher sind wir da flexibel. Jetzt nehmen wir so Pläte um die Ecke wuchten. So, jetzt sind wir gleich fertig hier. Das allein wird die Sädenritte, aber ich habe gerade da alle die Hände ihren Kopf zusammenschlagen, wie ich hier vorher mit der Sädenmaschine. Ich glaube, sie wird sich vom Bauern da bei ihm die Backen kriegen, aber auch richtig. Ja, darüber werden wir keine Sädenmaschine mehr anvertrauen. Aber, wir haben es ja gleich geschafft, das Feld. Und das war's. So, kann man schon eigentlich zum nächsten Feld von, aber vorher machen wir noch ein Screenshot. So, kann man einfach zum nächsten Feld haben. Das wären, das Feld, 31. 38 haben wir auch abgehakt. 2,4 Raps. Speicherleck, das heißt, wir sind noch voll, uah, halt am Ende. Ich habe jetzt auf 10 Minuten gestellt. Entschuldigung, auf 10 Minuten gestellt. Das Auto ist jetzt in der Schritz, wie man geleckt hat mittlerweile. Müssten wir eigentlich soweit sein, dass wir ja fast durch sind. Uh, schön am Zaun hängen geblieben. Das geht auch klar. So, wir sehen, wir fahren jetzt noch zum nächsten Feld. Und du musst schon deinen kleinen Schubs geben, den Hörniemann. Ne, das brauchen wir nicht. Gut, stellen wir dann erstmal hier ab. So, wie gesagt, kommt zum Ende dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Ich bin raus, tschau tschau, sagt ajaso.